Hallo, ich bin der Gino von O'Neill und ich zeige euch heute unsere Little Max Handschuhe. Bei den Little Max Handschuhen handelt es sich um die Signature Handschuhe der Lacondeghi Brüder. Andreo und Luis Lacondeghi haben maßgeblich am Design und der Funktionen dieses Handschuhs mitgearbeitet. Für beste Atmungsaktivität sind die Handrücken beider Handschuhe aus Mesh gefertigt. Die Handfläche besteht aus perforiertem Klarinematerial, kommt ohne Polsterung aus und sorgt dafür, dass man besonders viel Gefühl für Griffe und Bremshebel hat. Die Fingerspitzen sind umwickelt und nicht vorne zusammengenäht, damit keine störenden Nähte unter den Fingernägeln drücken können. Auf dem Mittelfinger und Zeigefinger findet ihr einen Silikondruck, damit ihr auch nicht von den Bremshebeln abrutscht. Dieser Handschuh kommt ohne Klettverschluss aus, so könnt ihr ganz einfach komfortabel in den Handschuh reinschlüpfen. Diese Handschuhe sind quasi Lacondeghi geprüft und werden jeden Fahrer restlos begeistert. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF für funk, 2017